Herzlich Willkommen euren Freunde, heute geht es in den Erzhafen, ich würde sagen der leichteste Dungeon von allen, wenn man durchwaschen darf, sonst weiß ich es gar nicht. Ich würde sagen wir machen 10 Meter, wir machen immer so 40 Meter. Unsere Schwierigkeitsstufe spielen wir heute durch, ich bin gespannt. Erzhafen mein Lieblingsstunzen von allen, weil man halt eben weiß, wo die Kisten sind und direkt durchlaufen kann. Aber das machen wir jetzt natürlich nicht, weil wir versuchen natürlich zu platzieren. Wir versuchen das nicht, aber wir brauchen auch noch eine kleine Stadion. Es würde sagen, wir brauchen die Kisten von allen, sich die Kisten zu verdienen. Aber das ist es, wir brauchen die Kisten, die Kisten zu verdienen. Jetzt kann ich einfach nur, bis zur Kisten zu verdienen. Der ist ja nicht alle, ist das so. Woh, das ist ja nicht. Für uns das ist unser Auto. Um tiefer mit einem SchussVID-U19 gegen den Ausdruck zu einem Schuss. Mit der Spiegel hat er am Grund wie vor. Aber da ist der Grund für den Ausdruck zu nehmen. Der Grunde der Schuss. 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 Werden einen Schuss. Wir werden noch nicht zum Schlag. ja Ah, ja, ich bin der Schafe. Ich war schon bei der Schafe. Ich werde schon bei der Schafe. Okay. Ich bin derㅠㅠ Ich bin der Schafe. Ich bin der Schafe. Wie sollte ich jetzt äh öffnen? Okay... Wuh. Ich bin der Schafe. Ich bin der Schafe. Okay. 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 Oh, wow. Oh Gott, das ist ein Beckhastchen. Der weg, Alter. Das war's. 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 Das war's.